die sucht mich in der Nähe von Akramas Kahn Prozent dann sind Prozent und zufrieden und die Liedschen bei Trüter Gruppen 8 nach der Entschuldigung und die Schreis ich habe gesehen haben fähnchen gemacht okay jetzt automatisch entfernt weißt du dieses fähnchen soll dass man schon mal drin war dass man es kennt ja ja wir müssen jetzt wieder runter also auf die straße und dann runter oder wir fliegen runter ich kann ja mal machen ich weiß nicht wo ich wüsste nicht wo der Friedhof ist oder nehmen wir ganz sicher den Weg wie jetzt ich gehöre oder mich oder doch tja ne doch so irgendwie war das hier da hinten mhm au ich hab mich runter gehauen ich geh immer schnell tot ne nur aufs Kärtchen gucken ne jetzt ach scheiße wir müssen den Weg weiter reiten nach oben reiten also wieder hochlaufen jetzt oder mhm also Quest abgeben oder was ja aber das ist doch oben dann nur hier ist eine Küste wo ich glaub bin bedankt bist und was mir und was mir ah ja ok soll ich hier warten oder guck mal guck ich mal irgendwas wie mir ein Art of Schatten und war denn das Zeugs Art of Buck macht und 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 weißt du noch wo das war mit den ab dem diese artefakt macht das haben wir glaube ich so nicht ich glaube das das blickt auf und dann muss man das einsetzen dann kann man das benutzen oder wie ich weiß nicht was haben auch irgendwas bekommen also mit dem anderen charakter habe ich ja so ein teil bekommen und das öffnet sich dann automatisch ach so hier steht ja ich hab gar nicht gelesen steht ja bei dem einen artefakt rum des recken benutzen gewährt eurem derzeitigen ausgerüsteten artefakt 20 artefakt macht also einfach aufklicken und dann ist das ein wundes teil wenn du das anklickst dann hast du nur die macht bekommen ja das habe ich nach irgendeiner quest bekommen ja guck mal ich habe jetzt so ein paar so artefakt macht dinge und da klickst du einfach rauf und dann kommt die jeweilige macht zu dem angelegten artefakt hier steht jetzt ich habe gerade drauf geklickt zwillings klinge des betrügers erhält 20 artefakt macht ja klick mal rechts drauf dann kriegst du diesen macht 20 noch mal 20 noch mal und noch mal und noch mal gut wer ist das learning by doing so du gehst jetzt im weg und dann kommt die weiter wo 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 er wird sie was mit linken ich habe gesagt dass es ist zahl des schwertes gut Tcheeee….ähh…werf Zutaten auf dem Korb voll Wurzelgemüse, denn probiert man Scheiße… Was habe ich jetzt? Krabbe werfen? Wo ist dieser Topf? Och Mann gehen weg Wie trifft man das Ding denn? Das weiß ich nicht, das weiß ich selber Hä? Was ist das denn? Wo ist denn die, ich weiß nicht mal wo dieser Topf ist Ein Topf, muss der vor uns sein Ja der ist ja hier am Feuer Ja aber wenn ich was anklicke, dann kann ich nichts ähm Schnappen Dann muss man hier ja irgendwelche Reihen vorher kriegen Weil so wie der hier das anvisiert, ja? Hm Oh, ich zählt das nicht? Ja, einmal hat das jetzt irgendwie geklappt Hast du direkt reingetroffen oder einfach irgendwo hingeschmissen? Naja, direkt rein Wie kann man... Mach das auf den Topf Ich kann nicht auf den Topf visieren hier Graben hab ich auch geschafft Ey Ich hab einen irgendwie mich zu blut dafür, ich weiß nicht Der visiert das an, aber ich kann das nicht einstellen, wo er hinzielen soll Also jetzt zieht er auf den Topf Mach der nicht nicht, er zieht einfach drüber hinweg Und ich kann nicht nach oben oder unten klicken So Naja, fertig Ich kann nicht nach oben Ich sammle die Köpfe der Champions, der Bauchreister, Trampelhofer und Topf und kaum am Tag Schwerter 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 zu sein Ich kann nicht schwerter Na denn Oh Was ist das? Wupp So Da ist ein Hammer Oh, da war eine Quest drin Okay Blut und Gold, Quest jetzt ansehen Sammeln sieben Tribute, der Haus vor dem Tal des Schwertes Okay, hat die sie automatisch jetzt? Okay Okay Boah, das muss dann also hier, so Einfach alles umballern eigentlich, oder? So Mhm Ich bin außerreicher Ich bin voll übertreiber hier Wupp 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 Hiss Wupp Ich brauche ein Ziel Was ist das denn? Pfff Ich muss näher ran Sie sehen, sie doch dreckige Adler, oder? Die Sache Komm, aber schnell wieder Ah, mein Wolf ist da Ah, jetzt ja, okay Dann bleiben wir auf den nächsten, weil ich... Es sind mehrere Zwei 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 weg Hm Sieh, sie kommen richtig schnell wieder Oh, wo ist ein Paladin? Was spielt ein Paladin? Was spielt ein Paladin? Ich dachte, jeder spielt Lords an irgendein� dunno Da heppt die Blüten müssen das ist und die Kunden die Kündigungen und Bein hier mit Sorter okay die Runde kommt in Prozent bis über die Dauern oder was? Nein, hinter dem Zelt. Hinter dem Zelt? Ja. Ich blute. Ich seh dich, äh, oh scheiße. Ich glaub, ich bin zu weit geritten, der ist schon hier. Ja, ich bin da. Achso, ich bin da, okay. tipptok tipptok ok besonderes war ja nicht drüben gerade so, ich reite hier wieder rein ok ich glaube ich hab noch was gepult eigentlich mal gerade nichts anderes unser Polen Ich habe kein Seer. Ich muss näher ran. Ich muss hier hoch. Laut Karte irgendwie rechts hier. Ähm... Je nachdem wie man guckt. Ach hier kann man hoch. Da ist... Eine Küste ist hier. Hier oben muss es sein. Ach hier ist einer. Ach du bist ja schon dran. Hey. Der ist ja doof. Okay. Kommt von Trampelhof und jetzt bauen wir noch einen anderen Kopf. Ich kann dich gegen Überling irgendwie. Hup! Was ist das? Da ist ein Banner hier ja. Was ist das? Ich fass mal die in Brand stecken. Alter. Dann gehen wir aber schnell weg. Jetzt haben wir auch. Aber das Bonus-Ziel haben wir noch nicht fertig. Hier. Hier diese Banner. Die bringen auch irgendwie... Ja. Eigentlich auch nur 2%. Äh... Wollen wir das Bonus-Ziel fertig machen oder nicht? Ja das können wir hier auch machen. Ja? Okay. Ah stimmt. Ich bin mit Ellen. Und da steht 107 Elite. Mhm. Ach ich geh drum hin. Nein! Wieso? So kann man nicht hinbrechen. Oh guck mal. Hier ist ein Stein zu. Oh. Oh cool. Ihr werdet für eure Ketzerei gerichtet. Äh... Hier kommt die Banner Christ jetzt. Äh... Der gespalten Wächter sammelt die Bruchstücke des Körpers. Äh... Bruchstücke ansammeln, das sag mal. Das kenn ich auch irgendwie. Wir müssen mal rein hier oder? Ja wir können hier glaube ich auch rein. Oh. Oh. Ich geh nicht rein. Was zum Fick war das denn? Weh... 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 Ein Strach. Es strahl. Ein Strach... Ja da steht 100% bedrugen. Jetzt geht noch einer rein. Äh der ist einfach durch. Dem ist nichts passiert. Vielleicht muss man irgendwas betätigen. Äh... Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage... Soll ich mal rein? Naja, ich sterbe es auch Bist du sicher? Also hier steht 100% Bedrohung, ja, irgendwas steht da Ähm Ich guck gerade, ob wir irgendwas bekommen haben, aber eigentlich haben wir nichts bekommen Ich wette, da muss man andere Quests vorher fertig machen, oder ich weiß nicht Das kann sein Also wir gehen jetzt nicht rein, ja? Guck mal, die gehen da alle rein Ne, ich hab ja schon Agro Du hast auch Agro, deswegen krieg ich kein Leben dazu Ich muss mal reparieren Hm Ey, wie kommt man da jetzt rein? Boah Er fahrt mehr über die... Kann das sein, dass das alles so drin ist? Ich muss mal rein, was machen wir jetzt Stehbert nach euren Belieben Stehbert nach euren Belieben Hm Hm Okay, äh Greifhackenwerfer Na guck mal, hier, Level 100, ne, kam gerade raus da, wurde nicht zerballert Na ja, mal gucken, wer vielleicht, äh, irgendwie vielleicht hier Eis mit dem Bonus verdient Ja, kann sein, dass es damit zusammenhängt, ich kann's nicht wissen, ne? Wäre natürlich cool, wenn das, äh, die erste Erklärung ist Da ist ja noch einer Da ist ja noch einer Hups, gehen wir hoch, oder? Hm Okay Oh, guck mal, ich muss oben sein Da muss ich schon oben stehen Okay Das ist zu weit entfernt Das ist zu weit entfernt Ich habe kein Ziel Links oder rechts hoch? Nichts Hier liegt irgendwas Hier liegt ja schon so ein dämonischer Runenstein Okay Jetzt mal eingesammelt Ach, ich glaubte aber, das war jetzt nur, äh, um das hier schnell fertig zu kriegen Ups Guck mal, da oben ist noch so eine Art Banner Jetzt mal aufklicken, ich mach mal den Typen hier hin Ja, da ist noch so ein Stein, süsse Und da unten in der Mitte ist auch noch so ein Stein Geil wie dieser, total oder was das ist, aussieht Mhm In der Mitte ist, wie sagt man auch immer so Du bist in Hölle Oh, du Scheiße, was ist das denn? Oh, oh Oh, oh Oh, oh, den muss man sowieso Da ist eine Quest hier, die gehört zur Quest Oh, ich glaube, das ist ja das, was wir machen müssen Nö Oh Oh Ja, Alter, hau ab Der kommt zu mir Der kommt zu mir Wieso kommt der zu mir? Ich hab irgendwie ein ganz anderes Ziel gehabt, gerade Oh Oh Jetzt kann man nochmal aufklicken Oh Wir sind durch Ich glaub, siehste, ich glaub, man musste das hier oben erst machen und dann kommt man oben rein. Wenn ihr die Erden des Volt, sucht diese alten Herrscher auf und beweist euch ihnen. Nur die Würdigen werden die Prüfung des Mutes bestehen. Das ist klar, Digga. Okay, da oben ist auch noch so ein Ding. Ich zieh den mal mit hier. Dann klick du mal den Stein an in der Zeit. Ach, guck mal, ich hab'n Teil vom Arm eingesammelt. Bonus. Ja, meine, ja. Hier sind noch Steine. Hab'n Auf Taylor! Aus 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 Aus